Hallo meine Lieben, ich habe jetzt ganz spontan und voll unüberlegt, also das was die Politiker eigentlich jeden Tag so machen, irgendwie unüberlegt irgendwelche Aussagen schieben, ja, habe ich jetzt ein Lied umgetextet, weil es hat mich gejogt, ich konnte nicht anders, ich musste, weil mich das ein bisschen aufgeregt hat, was unser Bundesnähhammer da gestern von sich gegeben hat. Ah, und deshalb jetzt ein kleines Liedchen, nur wie in guten alten Zeiten, geht schon, liebe Grüße an deinen Bundes-Buben. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil man von dir nichts mehr hört, das ist wirklich selten geworden, dann hast du das Video gemacht, weil dich im Land was stört, die Armut, die geht dir auf den Nerv, Vor allem die der Kinder, jetzt sagst du, mit einer Seelenruhe, dir ist egal, was man isst, du bleibst halt, was du bist, ein Burger-Lobby ist, die Kalorien reichen aus, also mach dir nix daraus, wenn's ausfisch kochen geht, geht sich nimmer aus, der McDonalds ist eh da, uah, 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 und Adipositas folgt noch, uah, 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 mit Champagner im Handel und im Fäschengewanderl, da kann man nicht erfassen, dass in Österreich die Massen kein Geld haben zum Verpassen, weil dir ist egal, was man frisst, du bleibst halt, was du bist, ein mieser Egoist, ein Burger ist ideal, und das perfekte Mahl, 1,20 Euro sind doch jedem egal, ein Burger zu jeder Mahlzeit, uah, 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 das macht deine Figur breit, Uah, 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 schon zuckerkrank in der Kindheit, Uah, 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 joo, liebe Grüße und White Chat.